ausgezeichnet so wir müssen zu sektor 3 das bedeutet wir müssen da lang ja wir haben einen neuen tag neues spielgefühl neues erkunden selbstverständlich so jetzt haben wir ein problem denn das sieht mir nicht geheuer her alles aus und mit nicht geheuer meine ich wirklich nicht geheuer ja ich hoffe ihr habt alle laune es riecht ja wie im schwimmbad dieses zeug ja ich habe dir gesagt das lieft ja du äh dieses so klor zeug ja das also bei uns ist das so wir haben bei uns im bad das letzte oder bisher so einer meiner brüder hat das letzte bad gemacht und also letztens auch schon jetzt zwei drei monate her und zwischendurch je nachdem wie wie dort die luft halt ist ja das was nicht schön ich weiß nicht was es ist aber irgendwie irgendwie ist die vor im welt gerade sehr interessant okay jetzt geht es wieder dass ich gewarnt ich habe lust dass lust was ja schlimm ist es jetzt nicht und es hilft ja das nach oben okay das ist also der sinn dahinter deswegen gibt es zwei gänge alles klar ja das spiel spiel macht schon bock ich als ich kann oder man kann mir sagen was er will ich für alter okay so ich muss hier irgendwas versteckt sein dann wollen wir uns das zum abend sehen ja okay das sieht sehr interessant aus ich tue für industrie ist wieder abends und ein bisschen lüftig fleißig ja also ich sage mal so schlimm ist das nicht so lange man also wenn wenn man wenn man halt die ganze zeit während dass man das einwirken lässt hat lüftet und danach halt auch am besten halt danach noch gut weg machen ich glaube das ist das problem dass es nicht so gemacht wurde okay ach man ich drücke immer eins muss zwei drücken welche thematik sich bei mir wieder so ein bisschen letzte tage geöffnet hat ist die sache mit ich würde so gerne 3ds spiele spielen na um in eine richtung zu springen aber das ist dann oder kann ich ja ist das denn nach oben zu springen also ich würde so gerne so ein aufnahmegerät für ein 3ds zu haben als wenn irgendjemand ahnung davon hat ah ohne in eine richtung zu drücken alles klar der bereich gefällt mir gar nicht ja 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 nicht wieder ich bin nicht da wo ich angefangen ich bin zu drehen wenn ich gerade so ich habe keinen bock hier runter zu fallen so interessant ich habe das gefühl ich rutsche jetzt gerade den ganzen weg zurück wie ich hier hochgeklettert bin ja ja das ist nicht so schön ok so ist es also alles klar dann noch mal so richtig kann ich irgendwie die ebenen ändern oder so sind die camera die ganze kartekonstellation für dich echt eigenartig doch das gefühl dass man irgendwie wirklich nur wegen dem energietank dahin konnte oder so keine ahnung das ist nicht so wie bin ich jetzt darunter gefallen ok ich gehe noch mal in den zu dem anderen bereich ok man hätte musste da sogar runter alles klar willkommen es gibt den wavebeam effekt erhöht zu verfügte schaden neben effekt durch dring transparente materialien ist auch okay Interessant Ja, ich merke, es ist wirklich stärker Problem an der Sache ist nur Ich muss jetzt wirklich den ganzen Weg dann nochmal hoch Oder wie Jetzt kann ich ja durch diese Plattform durchschießen Ach, das ist doch scheiße Warum hat man das denn nicht vorher bekommen? Ja, klar, kommen wir wieder zurück Habe ich jetzt einen mit einem Schuss ausgeschaltet? Tatsache Der ist ja mega stark Okay, jetzt sehe ich den Sinn dahinter Okay, alles klar So So, okay, da komme ich mal zurück Ich wollte schon mal echt gerade fragen Hä, war da rechts? Ach guck mal, die Elektrofälle sind nicht mehr da oder wie? Na nicht, dass ich das schlecht finde, ne? Okay Okay Hallo So Bei mir gäbe ich jetzt gestern übrigens Kartoffelauflauf zu essen Ach ne, die sind wieder noch da Ähm, weil ich gestern mir dachte auch, komm Ach, jetzt mach doch Ähm, dauert halt immer nur so lange Aber ich muss sagen, so lecker war es irgendwie nicht Ich weiß, ich habe irgendwie, letztens dachte ich, ich habe endlich, äh, rausgefunden Warum war es bei mir irgendwie nie so Also, früher war es irgendwie leckerer Als, äh, da fehlte irgendwie immer was Und ich weiß noch nicht genau was Aber ich habe es irgendwie, dieses Mal ist es auch mir nicht gelungen Aber ich glaube, ich Ich glaube, ich weiß jetzt das Problem Hallo Oh Na Kugelfisch, alles klar So, und da werden wir wieder So, und jetzt fährt das Ding bestimmt hoch und runter Ja Ist dann, übrigens nicht bei, weil es ein Evil, so ein Ding Ich glaube schon So, hier kommen wir leider nicht runter Deswegen müssen wir wieder zurück Fast Bei mir ist auch so weit, alles okay Oh oh Ich kann übrigens nicht die Richtung wechseln, was sehr lustig ist Er hat ja automatisch gemacht, ich habe schon wieder eins gedrückt Naja Warte mal Ich habe da doch eine Speicherkammer Aber ich habe als nächstes glaube ich auch eine Speicherkammer Okay Okay, jetzt sind wir bei Plattformen Hilft aber echt, der Schimmel löst sich vom Fenster bis als der Fässig Ja, das ist doch gut Ja, bei uns hat das halt auch viel gebracht Ich muss das mal bei mir im Wohnzimmer machen Da ist nur das Blöde, da ist so Tapete dran Ach, wegen Eisbeam Ach, das ist interessant Ja Wieso darf ich da jetzt nicht hoch Jetzt geht's Ich mag die Viecher überhaupt nicht So So, weg sind sie Sehr schön Okay, da geht's weiter Ah, okay Da müsste der Speicherraum sein Sehr, sehr schön Ah Materiallift Das gefällt mir nicht Warte, nur gerade bis man war und da ist Damit man spazieren kann Ah, okay Ah, okay Ah, okay Schon sagen Das ist ein langer Weg Kann viel passieren Toll Kommt ja Von denen Oh Ich glaube wir bewegen uns Das ist gar nicht auf der Karte So schon irgendwie interessant oh man, das wäre einfach lustig gewesen jetzt haut der einfach ab Lümmel mit einem Schuss, interessant sind echt stark geworden hat er wenigstens auf dich warten können das auch das auch das Gefühl ist irgendwas versteckt aber zahl ich mal irgendwas Powerbomber das auch ist das auch Oh. Okay. irgendwas scheint das hier gebracht zu haben ok guck mal wir sind außerhalb der raumstütz ist ja cool das ist ein cooler tunnel der gefällt mir ah wir sind einmal rumgelaufen das ist cool das gefällt mir so da vorne können wir noch mal abspeichern die chance lasse ich mir nicht nehmen so in der zeit wo ich mir mal ganz kurz was ja 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 ja